Kurzes Schnee-Update. Aktueller Modell-Output und GFS mit schönen Bildern Anfang Dezember und damit Hallo und ein allerherziges Klick auf, ihr lieben Leute, zu einem Schnee-Update bezüglich der Neuschnee-Mengen bis Montag aus aktuellem Stand. Wir schauen uns mal kurz die 6er Rechenläufe der einzelnen Modelle an und werfen auch nochmal einen ruhigen Blick auf eine Wetterlage, die GFS, also das Global Forecast System der Amerikaner, um den 1. bis 2. Dezember rausschmeißt. Das wäre zwar gewaltig, aber an alle Schneeliebhaber jetzt mal, ich warne gleich davor euphorisch zu werden, denn diese Wetterlage wird in den nächsten Rechenläufen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr da sein, aber trotzdem schöne Bilder, wie ich im Umgang mit Karten in der erweiterten Mittelfrist immer zu sagen pflege. Tja, und aktuell ist es auch wirklich ein bisschen winterlich bei uns hier geworden. Das ist mal ein Bild aus meinem Garten. Ein kleines bisschen überzuckert nichts weiter. Trotzdem 3 Grad Minus und durch diese Hochnebeldecke sollten heute auch die Werte über 0 Grad nicht erreicht werden können. Gut, steigen wir ein mit der aktuellen Wetterlage. Wir sehen, dass dieses Hochdruckgebiet hier über dem Atlantik liegen und westlich, beziehungsweise nicht westlich davon, falsch östlich davon, und einen großen Kälteblock. Dazwischen liegen wir und aktuell wenig Isobarenträngung, dadurch kaum Wind, dementsprechend dieser Hochnebel, keine Durchmischung und diese kalten Temperaturen. Morgen am Donnerstag kommt nochmal so ein kleines bisschen antizyklonalerweise warme Luft von der See herein, bevor dann am Freitag die Kaltfront aus Norden durchbricht. Und eben mit diesen kleinen Kurzwellen, wie ich bereits im letzten Video gesagt hatte, immer wieder Tieftruckgebiete dann nach Deutschland reinziehen, die dann eben Schnee im Gepäck haben und auch Nordseefeuchtigkeit, beziehungsweise dann mit zusehender nordöstlicher Strömung auch Ostseefeuchtigkeit. Tja, nach hinten raus wird es auch interessant. Schauen wir es aber gleich nochmal an. In Bezug auf die aktuelle Wetterlage sieht es wie gesagt so aus. Gehen wir mal schnell durch. Am Freitag der Durchgang der sehr markanten Kaltfront dann, die dann quasi am Freitagnachmittag den Alpenrand erreichen sollte. Und dahinter wird es überall lila. Dementsprechend wird die Schneefallgrenze auch bis in die Flachlandregionen absinken können. Und auch immer wieder kleine Randtiefs, ihr seht das jetzt hier immer so schwallweise, kleine Randtiefs aus Norden kommen reingezogen. Wo die Position ist, ist noch nicht ganz klar. Und das hat eben auch sehr viele Einflüsse auf die akkumulierten Niederschlagsberechnungen, beziehungsweise Schneesummenberechnungen der einzelnen Modelle. Das sage ich aber gleich noch was dazu. Am Sonntag ist es wahrscheinlich, ihr seht jetzt hier, dass das Graue weniger wird über Deutschland, dass durch diese nördliche Anströmung der sogenannte Skandenfön gegebenenfalls die Schneefälle ein kleines bisschen reduzieren könnte in Bezug auf die letzten Berechnungen der vergangenen Tage. Das muss man aber alles noch abwarten. Das ist alles eine Anströmungsgeschichte und wie viel Feuchtigkeit kommt denn vor allen Dingen auch in der mittleren Höhe rein, beziehungsweise gibt es auch Trockenlufteinschübe dadurch. Das muss man alles noch ein kleines bisschen abwarten. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Skandenföns, wodurch dann eben die Schneesummen minimiert werden würden, ist dennoch gegeben. Müssen wir aber wie gesagt am Freitag noch mal genauer hingucken, wenn dann die regional zulassenden Modelle die Schneegeschichten und die Wetterlagen mit drin haben. In Bezug auf die Details können wir auch noch mal ganz kurz reinschauen. Freitag, wie gesagt, kalt von Durchgang. Und dann sehen wir hinten raus schon gegen Vormittag absinkende Schneefallgrenze, teilweise bis auf 300 Meter. Auch jetzt hier Richtung Westen schon die lilanen Farben zu erkennen und vor allen Dingen auch hier oben, man sieht es wunderbar, Richtung polnische Ostsee, wunderbarer Legeffekt hier auch noch mal zu erkennen. Unmittelbar an den Küsten bis ins Binnenland hinein, Niedersachsen, es liegt noch zu tief. Dafür ist die Temperatur in der Höhe einfach noch ein kleines bisschen zu mild. In der Nacht von Freitag auf Samstag dann kommt ein richtig starkes, kleinräumiges Tieftruggebiet in Form einer Kurzwelle hereingezogen. Und die Position diesbezüglich muss man auch noch ein kleines bisschen abwerten. Diese Geschichten bzw. diese Kurzwellentrüge, die verhalten sich wie Fettaugen auf der Linsensuppe. Denn wir sehen jetzt auch in Richtung Samstag, nehmen wir mal jetzt den Samstag, das Icon-Modell hat jetzt hier ein kleines Randtief, Samstag früh, ja, in dem Bereich Westsachsen bis rüber Richtung, kann man sagen, fast Essen und auch runter in die südliche Region. Wenn man aber mal das GFS-Wetter-Modell nimmt, dann haben die diesen Kern, dieses Randtiefs viel weiter im Osten. Und das sind eben diese Details zur gleichen Zeit, oben rechts immer die Teilmeldung, wann das ist. Und das sind eben immer diese kleinen, aber feinen Unterschiede, die im Prinzip in Bezug auf die Niederschlagsummen dann eben wichtig sind oder entscheidend sind. Ja, gut, in Bezug auf die akkumulierten Schneemengen jetzt nochmal bis Montagnacht bzw. bis in die Nacht von Montag auf Dienstag. Wir sehen das jetzt hier flächendeckend Schneewahrscheinlichkeit oberhalb von 300 Metern, sehr, sehr sicher zum Teil, ja. Auch Richtung Osten dann oder Neiße, auch im Flachland Richtung Berlin kann es auch mal weiß werden. Die ganzen Regionen rund um Niedersachsen, da wird es sehr wahrscheinlich bloß mal für Schnee und Graubelschauer reichen, wo es mal kurzzeitig weiß wird. Liegen bleiben wird das sehr wahrscheinlich durch die Anströmung bezüglich der Nordsee, diese warme Lufthaut, die da über diesem Wasser liegt, ja. Die wird natürlich auch mit dem Spinland reingebefördert und dementsprechend wird dieser Schnee, wenn er fällt, dann auch kaum liegen bleiben können. Dafür liegt die Region einfach zu tief und einfach zu nah am Wasser. Aber alles, was hier unten Richtung München bzw. generell die Mittelgebirge, ja, dort wird es überall weiß werden können. Das ist jetzt mal der Output des GFS-Modells. Ja, wie gesagt, die blauen Geschichten hier, was blaue, ja, das sind alles 10 bis 15 Zentimeter Schnee und das hellblaue so 5 bis 10 Zentimeter, was im Prinzip eine geschlossene Schneedecke bedeuten würde. Ja, genau. ECMWF sieht natürlich hier sehr, sehr winterlich aus in Bezug auf das GFS-Modell jetzt zum selben Zeitpunkt. Man muss aber auch sagen, ja, dass im Prinzip das ECMWF-Modell die Tauphasen nicht richtig mit abbildet. Und ich kann mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass gerade bei dieser Anströmung hier direkt an der Ostsee, ja, dass dort wirklich Schnee liegen bleibt. Das ist, das glaube ich kaum. Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch, dass es hier Richtung Cuxhaven, ja, dass dort Schnee in Höhe von 5 bis 10 Zentimetern liegen wird, dann am Montag. Das glaube ich einfach nicht. Aber was ziemlich sicher erscheint, dass eben die Schneesummen jetzt hier in den höheren Regionen so ab 300, 400 Metern, dass es da wirklich zu einer geschlossenen Schneedecke kommen dürfte. Und alles, was oberhalb von 500 bis 600 Metern liegt, dort sind auch teilweise laut diesem Modell 20 Zentimeter Schnee drin. In den Alpenregionen sind auch über 30 Zentimeter nicht ausgeschlossen. Kommt aber einfach dadurch, dass eben der Stau dort wirkt und eben alles an Feuchtigkeit nördlich der Alpen abgequetscht bzw. ausgepresst wird dann nachher. Ja, das ICAN-EU-Modell, die Deutschen, die sind da sehr, sehr zurückhaltend, was die ganze Schneegeschichte anbelangt. Ja, muss man wirklich mal abwerten, was da am Ende zusammenkommt. Die schauen jetzt zwar bloß bis Montag früh, aber das hat jetzt erst mal dahingehend nicht groß was zu sagen. Was aber zu sagen ist, dass eben wirklich die Schneemengen einen gewaltigen Unterschied zu ECMWF bzw. GFS machen. Also die sind diesbezüglich da sehr zurückhaltend mit teilweise wirklich bloß der Hälfte der Schneesummen, die GFS bzw. ein Viertel der Schneesummen, was hier ECMWF drin hat. Ja, also ja, das muss man auch erwähnen. Man kann nicht immer nur die schönen Winterbildchen raussuchen. Man muss auch das große Ganze betrachten und daraus nehmen wir dann Mittelwert und gucken, was könnte dann passieren. Die Kanadier, kann man auch sagen, ein sehr, sehr schneereiches Modell bzw. schneereiche Karten mit einer richtig schönen Schauerstraße sogar, die hier einhergehen dürfte mit teilweise von Hamburg bis über Magdeburg, Stendal die Region und dann Potsdam gegebenenfalls noch mit, ja, bis Cottbus und dann rüber Richtung Görlitz mit teilweise über 10 cm Schnee dort in diesem Bereich. Muss man wirklich abwarten, weil das eben immer wieder diese, ja, Schauerstraßen sind, die da eben zu diesen winterlichen Bedingungen führen dürfen. Und die können sich natürlich von der Position ja auch noch verschieben, ne. Aber wie gesagt, Mittelgebirge stechen auch wieder heraus. Schwarzwald, Bugiesen, nördliches Alpenland. Auch die Alpen an sich, ja, dort kommt über einen Meter Schnee zusammen. Bis dahin in den ganz oberen Regionen, also da braucht man keine Angst zu haben. Aber auch jetzt, wie gesagt, die Mittelgebirge sind mit 20, ebenfalls auch mal in den exponierten Lagen bis 30 cm. Dabei muss man aber, wie gesagt, alles abwarten in Bezug auf die Zugbahnen, ich erwähne es noch mal, der Randhieft und der Schauerstraßen. Aperge, das Globalmodell der Franzosen, auch ein guter Mittelwert. Und ich denke auch, da werden wir uns ein kleines bisschen einordnen. Ja, die berechnen teilweise 10 bis 15 cm oberhalb von 400 bis 500 Metern, gehen aber nur bis Sonntag mit dem Nullerlauf. Und der Sechserlauf, der geht leider Gottes bloß bis in die Berechnungsgrundlage von 72 Stunden. Dementsprechend kann man hier nicht so viel sagen, außer dass eben der Sechserlauf in Bezug auf den Nullerlauf ein kleines bisschen schneereicher geworden ist. Ja, dementsprechend kann man auch nur gucken, wie oder kann nur annehmen, dass es eben auch ein kleines bisschen schneereicher als der Nullerlauf weitergehen dürfte. Aber ansonsten, wie gesagt, denke ich, dass wir uns hier in diesem Bereich einfinden werden. Aber erstmal abwarten, was die ganzen Regionalmodelle diesbezüglich auch noch auf der Agenda haben. So, jetzt haben wir das erstmal abgehakt, was jetzt im Prinzip über das Wochenende aus aktuellem Stand passieren könnte. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was das GFS-Modell hier um den 1. bis 2. Dezember auf der Agenda hat. Wir starten wieder mit der Nacht von Montag, Dienstag und gehen weiter. Und schauen mal, was hier so an Schnee zusammenkommt. Oben rechts wieder die Timeline, jetzt sind wir schon beim Mittwoch angelangt. Ja, also wie gesagt, Tau- oder Schmelzprozesse wird es kaum geben. Außer im Flachland natürlich. Oder die Sonne gegebenenfalls auch mal ein kleines bisschen mit, was dazu beitragen kann. Aber in den höheren Regionen wird es wahrscheinlich erstmal liegen bleiben, bis auf ein paar Verdunstungsvorgänge. Tja, und dann ist schon der 1. 2. und dann auch schon der 3. Dezember. Und da können wir erkennen, mein lieber Herr Gesangsverein, was sind denn das hier für Karten? Hier werden im nördlichen Erzgebirgsrand, ja, werden über einen halben Meter bis auf knapp 500 Metern, 400 Metern ungefähr berechnet, ja. Ja, was steckt denn da dahinter? Ja, das ist im Prinzip eine 5B-Wetterlage, die hier induziert wird. Und das lässt natürlich erstmal die Herzen der ganzen Winterfanatiker höher schlagen. Ja, teilweise sogar hier bis nach Leipzig 30 Zentimeter, ja, Niederlaus ist 30 Zentimeter und auch bis nach Dresden runter mindestens so 30 Zentimeter. Also, wie gesagt, das gab es alles schon, ja, aber, ja, wie gesagt, das ist eine Rechnung, natürlich, und deswegen sage ich immer, schöne Karten, schöne Bilder, ist natürlich ein Signal eines Modells, was eben möglich wäre in diesen Bereichen. Das wäre dann schon über den 1. Advent hinaus, da wäre natürlich auf den Weihnachtsmärkten, da wäre natürlich eine ganz schöne Post, die da abgehen würde. Ja, aber wie gesagt, ganz schöne Schneesummen, die ja teilweise, ja, berechnet werden. Hm, die Wetterlage schauen wir uns gleich nochmal an. In Bezug auf das ECMWF-Modell ist nämlich auch so eine Geschichte drin, ja, zwar kein 5B-artiges Tief, aber so ein Randtief. Wenn wir jetzt mal weitergehen, können wir auch erkennen, dass Richtung 30. bzw. 1. Dezember die Schneesummen gerade hier in der Mitte auch nochmal in die Höhe gehen. Teilweise Thüringer Wald über einen halben Meter Schnee, auch Oberfranken 40-50 cm Schnee, Bayerischer Wald über 50 cm, auch im Westerzgebirge über einen halben Meter Schnee. Und jetzt schauen wir uns mal die Wetterlagen an. In Bezug auf die Großwetterlagengeschichte jetzt, hier hatte ich bereits erwähnt, dass das GFS-Modell hier so ein kleines bisschen eine 5B-Wetterlage quasi berechnet, ja, die dann am 1. und 2. bzw. 3. Dezember hier so ein kleines bisschen von Südwest nach Nordost zieht. Da kann man ja erkennen, wie dieses 5B-Tief sich hier entwickelt. Wieder dieses blockierende Hoch hier über dem Atlantik und nördlich davon Kaltluft, die aus Nordösten reinrutscht. Und dementsprechend an der Grenze zur warmen Luft hier südöstlich davon über den Mittelmeerraum wird sie ein 5B-Tief hier entlangziehen laut diesem Rechenmodell und für starke Schneefälle hier über Deutschland sorgen können. Also, wie gesagt, schöne Bilder, schöne Karten für die Winterfreunde hier, aber ich glaube nicht, dass das so kommt, ja. Wie gesagt, man muss es trotzdem mal erwähnen. Was aber zu sagen bleibt oder was man sagen muss, ja, dass die Randtiefmöglichkeit mit Aufkleidniederschlägen in Form von Schnee bestehen bleibt. Denn, wie gesagt, ECMWF sieht ja auch einen Durchzug eines Randtiefs mit nördlich davon Schnee, südlich davon Regen mit ansteigender Schneefallgrenze auf Positionen auch noch vollkommen unsicher. Es sind, wie gesagt, Signale da, dass solche Randtiefoptionen, ob das nur normale Randtiefs sind von West nach Ost oder von Südwest nach Nordost durchgreifen in Form von 5B-Tiefs, ja. Ja, das ist absolut noch nicht klar, aber wie gesagt, solche Randgeschichten sind immer gut für Schnee und die Globalmodelle, die haben das hier immer wieder drin, sei es welche Wetterlache auch immer das dann eben ist, ja. Also, sehr interessante Geschichte, es bleibt spannend. Wir schauen am Freitag auf die Regionalmodelle, was dann am Ende beim Schnee bei rumkommen dürfte, am Wochenende nochmal genau drauf. Und ansonsten, ja, wie gesagt, warten wir mal die ganze Geschichte ab, bleiben ganz entspannt und schauen mal, wie sich die Modelle hier weiter entwickeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag, zumindest für die Sachsen jetzt hier und der Rest ein schönes Bergfest. Ja, bis später, wenn ihr möchtet, Glück auf und ciao.